Buy me some Peanuts and Cracker Jacks Da 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 bohdi da da Alter, dann nimmt sie den Kulli, ey Tu mir mal einen Gefallen und leg dir mal irgendwie was drunter Tu mir mal einen Gefallen und bleib Gangster, Alter Und jetzt erstmal einen Schluck von dem köstlichen Meat Remy ist in Steam Online, aber der hat keinen Smite Smite Remy ist in Steam Online, aber er hat keinen Smite Ich denke, was knistert er so? Riecht lecker Schokolade, Alter, ist ein Schokett Ja, eigentlich nicht, eigentlich ist das ein Döner Du hast einen Döner, aber echt keinen Döner Danke fürs Blocken Mit Problem Geh ran Ne, ich sterbe, ich sterbe Hat jeder gesehen Fluss Loll, Loll Du hast das auch grad gesehen, ne? Ja Millimeter, ich hab das Feuer direkt hinter mir gesehen, Alter Hättest du eine Marshmelodie zwischen den Arschbangen geschoben, wäre er noch braun geworden, ey Ja, so nett war Ja Die Geschichte des Abenteuerpfades, ich hab mir die vorhin als BC-Lektüre durchgelesen Ist echt cool Welches Abenteuerpfades? Wir spielen ja Pathfinder, noch nebenbei Das ist ein Pen-O-Paper-Spiel Falls es dir was sagt, Pen-O-Paper Spitz mit Stift und Papier Ähm Und eine Menge Phantasie Füßen Füßen Hau mal nicht alleine Denn dazu Braucht man einen anderen Füßen Füßen Körn Manu, ja er hatte Kokosnüsse in seinen Händen Hä? Ach roads Er hätt schon wieder vergessen Ich sagte gerade, Hä? Was für Kokosnüsse? Ist das ein Synonym für Haarige Bälle? Bibi Boxberg, ey. Blobby Bixberg, Digga. Blobby Bixberg? Nein, Blobby Bixberg. Nee, nicht Bixberg. Genau, Sam. Blob auf dem Bixberg, ey. Achso nicht. Jetzt sind wir alleine hier, Alter. Ja, wenn du das vorstellt, sind wir hier in die LGK-H, ne? Ey, hier ist gerade jemand tot umgekippt. Hier, der muss sein Zimmer. Ich dachte mir so, ich könnte das heimlich machen, weil ihn gerade keiner seht. Und dann fliegt er so, ui. Sam, bei dir weiß man immer, wann du dein Traitor bist. Sam, weißt du, was das Lustige ist, Digga? Als Traitor fängt man an zu stinken. Digga, und ich schwöre, ich lief dein Traitor sein bis hier, Alter. Tom, liebst du noch? Alles klar, alles klar. Ich weiß, wer es ist. Weiß, wer es ist. Komm her! Oh, shit! Komm her, Bro, Bix! Loll! Tank halt! Surprise, motherfucker! Gut. Steck, wirst du denn? Loll! Ich hab auch viel Knabeln mittlerweile gehabt. Ich hatte mittlerweile auch genug Teile gefunden. Ey, Tom, 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 Tom! T-Bank. BAU! BAU!